Wo gibt's Comedy, wilde Kostüme und singende Tiere? Mit dem Morgen! Mit dem Morgen! Das gibt's nur im Schmidt-Theater. Wer arbeitet tagsüber in der Tierhandlung? Und wäre gerne ein Schlagerstar? Man hat mich quasi ausgeraubt und mir die Kleider vom Leib gerissen. Und jetzt stehe ich hier so. Nackig! Cinderella, das witzig schräge Musical. Und wir haben Tickets für Sie im Hamburg-Quiz. Montags bis freitags um 8.40 Uhr. Oder gewinnen Sie ganz einfach über die NDR Hamburg-App. Zwei Stunden gute Laune. Sehr gut. Top. Das ist genau mein Humor. Hervorragend, das macht sehr viel Spaß. Ich glaube, so ein bisschen Cinderella steckt in jedem. Wir freuen uns auf Sie. Montags bis freitags. Tickets für Cinderella. Hamburg Journal und NDR 90,3. Wir sind Hamburg.